So, ach du Scheiße, sind wir los? Ha! Warum hast du dir denn nicht die Feuerpfeile geholt? Äh, konnte ich noch nicht, glaube ich. Theoretisch. Aua. So, ich darf keine Schultertasten benutzen. Achso, wir sind gerade in den Tempel reingegangen. Erstmal drehen. Erzähl dir, ich reinige Sachen mit blauem Feuer, die sind dann für immer gereinigt. Ja, die sind weg. Kein Sperd. Was darfst du da hin? Mann! Die muss man danach nie wieder reinigen, ja. Weil sie einfach weg sind. Ähm. Okay, wir dürfen keine, kein Sperd benutzen. Das ist ekelhaft. So. Mal Respekt an dich, so bei der Frühschicht um ca. 3 Uhr morgens aufzustellen. Ja, was soll ich machen? Ich muss ja aufnehmen, ne? So. Hey. Please don't eat me. Alter. Draußen fahren bei uns die Autos lang mit übelst Bass. Was ist da los? Okay, hier können wir was machen. Was haben wir denn hier? Okay. Okay. So. So. Wie mach ich denn den jetzt weg? Die kann ich stunnen. Bombe vielleicht? Bombe ihn daher. Jetzt rennt er weg. Ah, Eispfeile. Was? Eispfeile killen den doch bestimmt instant, oder? Nicht? Äh. Normale Pfeile? Ist das ein One-Shot für den? Komm, ist das... Nee, auch nicht. Hallo? Okay. Normale Pfeile können ihn besiegen. Aber... Äh. Sag mal, warum ist das an? Wie sind so kacke? Warum sind sie immer wieder Gegner? Okay, warte. Äh, das Anwesen ist jetzt grad voll kacke. Der trifft ja überhaupt nicht. So. Und jetzt? Oh Gott. Hm, hm, hm. Ich verballe hier auf jeden Fall super viele Pfeile. Link hat zu viel gedruckt, der trifft nicht. Zu viel Milch, ja. Äh. Seht ihr das? Wie ich daneben ballere einfach? Ja, erzählt der Junge, was ist Flederbeißer. Wenn man Schmerz nicht benutzen kann, ist das schon eklig. Hm. Was ist denn hier los? Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Das würde alles viel leichter gesperrt gehen, na klar. Aber ich darf halt nicht. Aber ihr dürft mich natürlich gerne erlösen, ne? So ist das ja. So. So. Was passiert denn eigentlich, wenn ich den abschieße? Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ne, ich bin da ohne Schwert schon ganz gut. Das solltest du nochmal probieren. Nein. Ich darf mein Schwert nicht einsetzen. Nein, nein. Außerdem habe ich es auch so geschafft. Tut 14 bis zum Anmarsch. Nein, das gönne ich euch nicht. Guck mal, hier ist eine Fee. Hey, Lillimau, willkommen. Also Lillimau ist jetzt auch ein Ritter von Hyrule. Ähm. Ach so, ne. Lillimau hat, hat. Hat gedixstet, oder? Lillimau hat gespendet, richtig? Sehe ich das richtig? Lillimau ist am Start. Das Schwert zählt nicht. Das lasse ich nicht zählen. Nur, wenn ich es gegen Gegner einsetze. Kriege ich die Fee? Sie ist Mitglied geworden. Meine Reflexe sind like Bahnschranke. Was? Was? Tüt, 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 tüt. So. Bomben. Bomben sind gut. Bin im Ritterorten, nice. Das heißt, du darfst dir jetzt auch auf jeden Fall jederzeit aussuchen, wann gedreht werden soll, liebe Lillimau. Überlege es dir gut, wann. Du hast einen Drehgut. So, weiter geht's. Was ist das denn? Shit, ey. Nicht der. Gott. Alter, guckt euch das an. Shit, wie mach ich denn den jetzt platt? Ah. Eispfeile. Eispfeile? So, Leute. Jetzt ist der immer richtig schwer. Also, jetzt ist das mal, das ist jetzt mal ein Gegner. Oh, fuck. Dageben. Ah. Das ist jetzt mal ein Gegner, der ist jetzt schwer. So. Erwischt. Okay. Ich hab doch mit Bomben. Stimmt, mit Bomben kann man das auch machen. Warum ist denn der da oben? Ah. Nein. Wie viel hält denn der aus? Du, 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 du. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich hab den noch nie zu Ende treten lassen. Was passiert denn da eigentlich? Oh Gott. Oh, ich hab ihn erwischt. Was? Ich will auch ne Spezialpizza. Oh. Das macht auch Schaden. Hat das gerade Schaden gemacht? Hä, wurde gerade noch ne Mitgliedschaft verschenkt? Ich hab's gerade nicht mitbekommen, Leute. Macht das Schaden? Hat das gerade Schaden gemacht? Nein. Ich mach kein Schwert, Leute. Mach kein Schwert. Das macht auch Schaden. Oh, der Enderhagen macht auch Schaden. Nice. Ah. Ah, okay. Das ist noch davon, okay. Oh Gott. Also Leute, das ist, das ist richtig eklig hier. Das macht den Kampf richtig widerlich. Und ich darf ja nicht mal ein Schwert benutzen. Das macht ihn noch widerlicher. So. Was meint er? Dann kriegt man hier das Schönes in der Schatzkiste. Ich bin gespannt. Oh, ihr Miesenschweine. Was soll das denn, ey? Kriegst hier noch ne Ohrfeike ins Gesicht dafür, dass du den gerade besiegt hast. Einfach. Wie gemein. Das war's doch wert. Auf jeden Fall. Total wert. Dankeschön. Aber das ist cool, die haben wir bekommen. Der Algarza findet das lustig, ne? Der Raum ist direkt aus Dark Souls. Ja, auf jeden Fall. Okay. Release me. I'm free to go. Doppi is free. I saw the Gerudos when he took the treasure. Ja, da ist der Tipp. Das war ne ganz gute Nackenschelle. Auf jeden Fall. So. Auf hier die Truhe. Okay. Wir kriegen den ersten Schlüssel. Da haben wir auf jeden Fall gerade... Wir machen Deal. Wir machen Deal? Was für ein Deal machen wir an? Gerudos? Ich übersetze Wasserteppel. Du darfst Schwerzbeel benutzen und wir kriegen bis nun aus Stream. Nö. Achso, Leute. Ich hab übrigens Kaffee. Kaffee am Start heute mal. Weil ich war heute ein bisschen müde. Gott. Nein. Nein. Ja. Okay, da haben wir einen Schlüssel. Wenn das hier für schwer hält, wartet dein Ostergeschenk ab. So. Okay. Boski? Ich hab mein Bestes gegeben. Das Problem ist, wir kamen ja nicht zu den Grudos, weil wir die Krafthandschuhe brauchen. Das war, glaube ich, das Problem. Du bist gleich auch ganz überaktiv wegen dem Kaffee. Okay, meinst du? Oh Gott, ich komm hier gar nicht lang, ne? Komm ich hier lang? Doch, das geht. Sagte er. Und starb. Was mach ich denn jetzt hier? Okay, ich komm hier hoch. Alles klar. Aber komm ich auch hier hoch? Okay, hier komm ich auch hoch. Ja, die Musik ist, äh, 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 hat seinen eigenen Charme, ne? Also hier brauch ich sowieso einen Hammer. Gott. Und ich, das schon wieder. Ah, Jens, nicht ganz so viel spoilern, bitte. Wenn ich, äh, lange Zeit nicht weiterkomme, gerne Tipps geben, aber nicht alles vorwegnehmen. Weil ich, äh, möchte auf jeden Fall auch ein bisschen selber noch rätseln. So. Äh. Das schaffe ich nicht darüber, oder? Der Feuertabbel ist auch nur ein Remix des Schatten-Tabels. Das Original wurde entfernt wegen der erhaltenen islamischen Gesänge, genau. Komm ich? Komm ich da hin und bring mir das was? Ich glaub nicht, ne? Ich glaub. Ey, was ist denn das eigentlich hier? Wie soll ich denn da hinten eigentlich den Hammer dann aktivieren? Also den, den Schalter. Okay. Ähm. Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon, das war's. Ah. Schnell. Okay, komm ich, denn kann ich da hinten noch irgendwas machen? Kriegen wir das da irgendwas dahinter zu kommen? Ich glaub nicht, ne? Shit, ey. Äh. Okay. Mann. Lass mich in Ruhe. Ich krieg ja nur aufs Maul gerade. Okay, also ich komm da nicht hin. Also da geht's nicht weiter und da komm ich nicht hin. Das heißt, wir brauchen den Hammer. Ne? Und theoretisch könnten wir jetzt noch... Oh Gott, ey. Wir könnten theoretisch jetzt noch hier weitermachen. Gehen wir da erst mal rein. Ähm. Da brauchen wir auch wieder einen Schlüssel. Und da brennt wieder blaues Feuer. So. Pfff. So. Gehen wir erst mal oben gucken. Hm. Gott, ey. Hey. Hey. Mensch Leute, was ist denn hier los? Okay, wir haben zum Glück einige Bomben aktuell. Oh Gott. Oh Gott. So. Ich glaub, hier gibt's nur ein Skulli, ne? Okay. Die haben wir alle. Tot. Kann ich diesen Block verschieben? Den kann ich verschieben. Was bringt mir das? Weißt du, von welchem Gamm-Dorf man Angst haben sollte? Von dem ganz links. Von dem ganz links? Was? Mögt ihr das Gepiepse? Ich find das toll. 58? Okay. Ah. Und die liebe Eva verschenkt uns auch noch Mitgliedschaft. Ey. Vielen Dank, liebe Eva. So, was machen wir jetzt hier noch? Möchtet die Eva denn auch drehen? Pfff. Ha. Von Lutz, Leid, Linke. Was? Ist dein 14. Tod schon vorgesehen? Ne, warum? Ich hab doch noch ne Fee. Wenn Oliver nicht möchte, warte erst mal. Wer ist Oliver? Ach, Oliver Schmuck. Ah ja, stimmt. Ne, Oliver Schunk. Oliver Schunk. Ihr mögt das, ne? Wenn ich, wenn ich, äh, gequält werde durch mein Schwert. Nicht benutzen. Achso, warte mal. Warum laufe ich denn hier eigentlich gerade lang? Ich bin doof. Ich bin schon wieder so doof. Ich wollte doch noch unten rein. Ah, ah, ah. Vergesst es. Manchmal lasse ich mich super easy ablenken und dann geht alles in die Hose hier. Ne, warte mal. Ich war in der falschen Kombination. Marcel sagt, ich darf drehen. Geil. Bin ich gut? Danke, Marcel. Okay. War doch nicht so gut. Was? Ja, ähm. Gorgando, der Tod ist, äh, der kommt jetzt, ja. Shit. Kann, kommt. Efe kommt, okay. Okay. Nein. Nein. Nein, er muss drehen für ihn. Oder sterben. Mr. Rafa. Hallo zusammen. Einen schönen Samstag euch allen. Hi. Was geht? Was steht? Zack. Dir auch einen schönen Samstag auf jeden Fall. Shit, ey. Ich schaff das nicht. Ich muss schneller sein. Der arme Mann. Nein. 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 Lass mich hoch. Komm schon. Schaff das jetzt endlich mal. Das gibt's doch nicht. Ich hab aber auch ein Pech. Okay. Kann ich das? Da schaff ich's nicht, ne? Ne, okay. Das ist, das ist auf jeden Fall mein Tod, Leute. Das ist auf jeden Fall mein Tod. Was soll ich machen? 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 Ja, das war jetzt der Dreh für den Tod, würde ich sagen. Oder möchte Kevin nochmal drehen? War leider ein bisschen zu spät. Geht. So. Wir machen ne 14 draus und, äh. Continue. Keine Heilung, Leute. Macht's mit drei Herzen jetzt nicht leichter, würde ich sagen. Shit, ey. Oh Gott. Oh Gott. Bei der Community braucht man keine Hater. Nein, die Community ist super. Mich wollte jemand in letzter Sekunde retten. Hat noch nicht geklappt. Hä, 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 hä. So. Aber jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit. Hey, so war das nicht gemeint, lieber Zelda, Junge. Achso, hab Natsu geantwortet. Achso. Ah, okay. Okay. Da geb ich... Da geb ich Ariane auf jeden Fall recht. Genau genommen darfst du dich ja heilen. So. Guck mal. So geht das. Aber, hä? Hier komm ich auch nicht weiter. Hä? Mann, irgendwo sind Schalter und ich weiß nicht wo. Okay, ohne Heilung wird's auf jeden Fall nicht lange dauern. Da werde ich auch wieder sterben. Kann ich mich da irgendwie durchbacken? Komm schon.